Ladies and Gentlemen, russig-pupsig ist am Start und heute mal wieder mit einer geilen Folge Polizei gegen Diebleute und im letzten Hide and Seek haben wir es angeteasert. Heute gibt es eine Special Rolls Royce Folge mit diesem Super Rolls Royce. Dann haben wir hier nochmal ein Rolls Royce Limousinen Phantom Ding Leute, geisteskrank. Und auf der anderen Seite natürlich ein Rolls Royce Cullinan. Und unsere Rolls Royce Polizei ist kein geringerer als ein Crymax und Candy. Was geht, YouTube? Wie geht es euch erstmal, meine lieben Officers? Candy an Zentrale, wir haben hier eine verdächtige Person gesichtet. Jungs, also als erstes bin ich nicht verdächtig, sondern vielleicht dieser Typ mit einem Donut, meine lieben Freunde. Ich würde als erstes sagen, ihr müsst mich heute aufhalten bei dem Rolls Royce Diebstählen. Schafft ihr das oder schafft ihr es nicht? Na klar, ich werde alles geben. Ich habe lange trainiert. Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ihr dürft erstmal in eure Ferraris einsteigen. Und erstmal eine kleine Runde drehen, beziehungsweise mal auf Streife gehen, paar Leute kontrollieren. Und ich werde auf jeden Fall mein erstes Versteck aussuchen, Leute. Und ihr werdet erstmal einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um weitere Videos nicht zu verpassen. Let's go! So, meine lieben Polizisten, ich habe mich auf jeden Fall verwandelt in ein Hühnchen und fliege hier gerade rum. Wollte ich euch nur als Tipp geben, damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst. Ja, habe ich gemacht. Ich bin ein Hühnchen. Hier ist ein Verdächtiger bei dem Kallinen. Aha. Max, für Candy, bitte komm. Eins, zwei, drei, vier. Also, ich finde es auch ein bisschen schade, dass hier immer direkt Leute attackiert. Max, der steht da direkt neben der Tür. Was soll ich sagen? Ja, aber vielleicht... Warte, warte, Max, warte mal, warte mal. Was denn, was denn? Hier sitzen sehr viele Leute, die genießen hier gerade einen pinken Milchshake. Aber irgendwie ist mir das hier zu ruhig. Ja, okay. Du da, steh auf! Hast du bei dem in der Mitte auf? Alter, ich sag mal so, wie es ist. Vielleicht muss man ja auch mal hier ein bisschen aufpassen, meine lieben Freunde. Ey, Max, ich brauche Verstärkung. Komm mal zu mir. Bro, ich checke hier die Autos die ganze Zeit. Ostseite, Ostseite. Ostseite, Ostseite. Achso, da. Oh, oh, was ist hier los? Ey, die laufen alle weg. Alter, hier hat jemand geschossen. Deswegen laufen die halt, glaube ich, weg, alter. Krank, Mann. Okay, okay, wer von denen läuft komisch? Das ist echt krank vielleicht, meine lieben Freunde. Jetzt ist hier noch alles sehr ruhig. Kallinen auch noch da. Ich fahre auf Streife, ich fahre auf Streife. Ja, Jungs, besser mal auch auf Streife fahren, damit ihr schön alles... Auto in der Mitte. Da sitzt einer drin bei... Ey, gelbes Auto, gelbes Auto! Ich sitze doch gar nicht drin, was lügst du? Wo ist sie? Bro, 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 bro. Wir wissen, dass du das bist. Alter, wie... Ich dachte, vielleicht fährst du einfach so vorbei auf Block. Süß. Alter, Leute. Ich bin an ihm dran, ich bin an ihm dran. Jungs, ich kann euch das alles erklären. Wir können ja über alles reden. Oh, der ist richtig schnell sein, Rolls Royce. Bro, ich wollte... Ich habe genau diesen Rolls Royce geklaut, Max. Weil das ist dein Rolls Royce. Er hat Kollegen, die fahren uns in den Weg. Jungs, bleib stehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Jungs. Will er hinfahren? Was soll das? Oh mein Gott. Durch diesen Park. Irgendjemand hat so direkt meinen Reifen getroffen gerade. Ja, das war dann wohl echt. Ey, Bashi-Pistole ist verboten, Jungs. Max, du normale Pistole. Du chill mal ein bisschen, Max. Wer war das? Ey, ey, Jungs, also Max, du liebst es auch ein bisschen... Digga, ich kann nichts machen. Wie gesagt, Max liebt es auch ein bisschen zu schummeln. Nächstes Mal mit Molotow-Cocktails. Ey, Bro, ich habe nur Pistole gehabt. Aha, Candy. Ich markiere ihn für einen Luftangriff. Ich markiere ihn. Okay, ja, danke. Sehr gut. Ey, ich habe jetzt so diese Markierwaffe. Mein Auto fährt nicht mehr. Ey, Candy hat mich komplett zerschossen mit seiner Maschinenpistole. Ich war das nicht. Wie? Meine ganzen Reifen sind platz. Wie, du warst es nicht. Ich war es wirklich nicht, glaub mir. Aha, Max, Statement. Also ich hatte keine Maschinenpistole. Ey, ich kann nichts mehr machen. Das ist ja so... Ey, einfach mit einer Maschinenpistole meine Reifen zerschossen. Ey, Jungs. Endstation. Ja, okay, Jungs, ihr habt mich. Ihr habt mich, ihr habt mich doch. Okay. Ey. Bro, so ein Quartier. Er fährt weiter. Jungs. Er ist eine Ehrenlose, aber er kommt hier nicht raus. Bro, er ist stuck. Er kommt hier nicht raus. Jungs, alles gut. Jungs, ich würde einfach sagen, wir gehen rüber zum nächsten Fahrzeug. Dieses Fahrzeug habe ich ja geschafft zu klau... Ja, genau. Jungs, wir können ja... Bro, willst du wirklich so lange machen, bis das Ding explodiert? Bro, ich werde nicht aufgehen, bis wir mich kaputt machen. Du entkommst uns nicht mehr. Okay, wir explodieren. Wir lassen jetzt explodieren. Ja, das könnt ihr machen. Das könnt ihr machen, wenn ihr es drin kriegt. Ja, fahr mal schneller, hier. Ja, ich brauche nur einen Lucky Jump. Oh nein. Oh oh. Mein Auto verliert Öl. Mein Auto... Jungs, 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 Jungs. Wir können doch mal darüber reden. Jungs, wir können wirklich darüber reden. Vielleicht könnt ihr mich hier einfach... Ja, okay, ich habe eine gute Idee. Ihr könnt das Auto haben und ich würde einfach runterspringen. So, verhaftet. Jungs, ich kann das erklären. Wuhu. Ja, okay, Jungs. Wow, wie schön seid ihr da? Ja, okay, ich ergebe mich. Es ist okay. Für das Erkenntnis geht es Ihnen gut. Ich glaube, der hat ja nichts in der Saubere Landung. Ihr habt es geschafft. Ihr habt mein Auto zum Explodieren gebracht. Aber ja, versuch mal ohne Maschinenpistolen. Das war ein bisschen zu OP. Also ich sage mal so, ich lasse es euch mal durchgehen, dass ihr eine OP-Taktik hattet mit Maschinenpistolen. Aber in der nächsten Runde gibt es nur Pistolen. Let's go. So, meine lieben Officers, meine lieben Freunde und meine lieben Diebe. Ich werde nämlich heute jetzt weiter Autos klauen und deswegen... Schauen wir uns mal an, wo er sich befindet. So, erstmal Officer Candy einsperren. Hey, was ist das? Ich will ja nicht irgendwie sagen, dass es zu Fuß schwer ist. Ich brauche Unterstützung. Wo bist du? Er muss bei mir in der Nähe sein. Ich bin bei der Pistole. Warte, warte, warte. Stehen bleiben! Bleiben Sie stehen! Sind Sie russig? Ja, ich bin es. Ich weiß es wirklich, Bro, wirklich. Hör, hier. Hier. Der steht hier nur rum. Max, komm her, er ist hier, er ist hier. Das ist er. Wo bist du denn? Bei welchem? Bei, äh, äh, äh. Ja, stopp, 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 stopp. Hier rechts. Da, hier der Mann im Blau. Das ist der. Guck mal, das Ding ist, man muss auch machen... Zeig doch das Auto. Keine Auto zu Fuß! Gelber Bugatti, meint er. Meine Güte, Candy. Hier, ich stehe auf dem Auto drauf. Officer Candy. Officer Candy. Ja, russig? Ähm, die Frage ist, welcher Candy ist jetzt der echte Candy? Hä? Hä? Oh nein, hat er nicht profiziert. Hör auf, mich nachzumachen. Candy, was ist das jetzt eigentlich? Wo, wo ist eigentlich dein Auto, Candy? Kannst du mir das sagen? Stimmt, wo ist mein Auto? Hast du es verschwinden lassen? Äh, nee, aber vielleicht ist Officer Candy der Dieb! Hä? Wie? Warte mal. Hä, was heißt das? Der will mich verwirren! Hier ist er, hier ist er! Boom! Rolls-Royce verwirrt? Nee, er ist nicht hier. Ich bin auch maximal verwirrt. Also bis jetzt, alle Autos sind noch da. Hey, hey, beruhigen Sie sich. Ich bin Officer, beruhigen Sie sich. Ich habe alles im Griff. Wir suchen hier eine Person. Melden Sie die Person, bitte. Wir sind auf jeden Fall bereit zu verstehen, wo das nächste Ding, der nächste Coup sein wird. Nennt man das Ganze doch auch mal. Der nächste Coup wird nämlich hier sein, beim schönen Rolls-Royce. Also ich kann euch so sagen, ich bin in der Nähe eines Rolls-Royce und habe einen Polizisten gefangen. So. Nein. Ähm, Candy? Ey, Max, ich habe kein Auto. Hast du mein Auto gesehen? Nein. Mein Auto ist weg, Mann. Warum lässt du auch dein Auto löschen? Ich konfessiere ein Auto hier. Ja, hol dir einfach ein Zivilistenfahrzeug. Du kannst auch zum Polizeideweg gehen und dir einen vernünftigen Wagen holen. So ist nicht. Ach, Quatsch. Ja, okay, ich hole dir meins. Ja, ist okay. Hol einfach ein Fahrzeug. Dann bist du schnell unterwegs, wenn du dir ein neues Auto holst und so. Und das wäre dann super, weil sonst kannst du ja nicht... Er hat den, er hat den, er hat den gelben, er hat den gelben. Nein, Bro. Wie den gelben. Nein, habe ich nicht. Ich bin an ihm dran. Ich bin an ihm dran. Das bin ich, Max. Alles gut, das bin ich. Ja, genau, das ist er. Das ist er, Bro. Spaß, jetzt Fang ihn bitte. Die Arbeit ist doch für mich oder für Rosé. Oh mein Gott, das war richtig smooth gerade. Alter. Oha, Max, was geht ab? Hast du dich verloren vielleicht? So, ich gehe jetzt auf die Suche. Oh mein Gott. Ich vermute, er ist ja auch in die Kanalisation gefahren. Würfelpark, Würfelpark, erster Würfelpark. Geht im Norden, Sandy Shorts, Highway. Warte mal, Candy, warst du gerade in dem Bilbo-Polizei-Auto? Nein. Warum warst du so ein Gammel-Polizei-Auto, hä? Wo ist er hin? Ich fahre gerade die Kanalisation entlang. Ja, Kanalisation, genau. Kanalisation ist gut, meine lieben Freunde. Das ist sehr wichtig, dass ihr auch mal in der Kanalisation fahrt. Ich habe Passanten befragt. Wo bist du, Candy? Highway Richtung Norden. Ich glaube, das Fahrzeug ist weg. Die Jungs, ich... Nein, es ist nicht weg, es ist nicht weg. Ich bin hinter ihm dran, ich sehe ihn. Ich bin nur zu langsam. Leute, ich habe ihn gerade gesehen. Was? Bro, er ist gerade über die Kanalisation irgendwie drüber geflogen. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen. Nein, Bro. Er ist da Richtung Hafen, Richtung Hafen. Nein. Ich bin da voll, wo wir auf. Industriestraße. Bro, das war ein Vogel oder so. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ja, ja, Bro. Wirklich, wirklich, das war ich nicht. Digga, Rostik, wie lost. Du warst doch schon weg. Du fährst einmal wieder genau zu mir. Bro, ich war das nicht, wirklich. Also ehrlich. Ich habe dich doch gesehen, wie du da mit deinem gelben Rolls Royce... Ich wollte halt einmal den fliegenden Hasen machen, Bro. Also ich bin gerade nicht an ihm dran, aber ich habe eine Vermutung. Richtung Süden, Richtung Süden, Hafengebiet, Hafengebiet. Ja, Richtung Hafen, habe ich ihn gesehen. Ich bin über ihn. Er ist ins Wasser gejumpt. Jungs, ich bin doch gar nicht da. Jungs. Er ist ins Wasser gesprungen, oder? Jungs, ich bin doch gar nicht da. Hä? Er ist zu Fuß. Der Täter flüchtet zu Fuß. Wirst du im Helikopter? Er ist genau unter mir. Oh mein Gott. Scheiße, drei. Oh mein Gott. Hier ist er, da vorne, zu Fuß. Das bin ich, das ist er. Das bin ich, das ist er. Wo ist der Rolls Royce? Jungs, also ich habe irgendwie ein bisschen, muss ich sagen, bei dem Kuh vielleicht verkackt, aber ich glaube, der Fake Candy hat für Ablenkungsmanöver gesorgt, so dass ich Zeit hatte, zu fliehen, Freunde. Äh, das ist er nicht. Das ist er nicht. Nein, war ich nicht. Was? Nein, nein, das war ich echt nicht, Jungs. Das war der NPC, den ich einsteigen lassen habe. Ich dachte schon, hey, komm, bewegte sich nicht. Ey, das Ding ist, ich habe aus einem geklauten Fahrzeug leider verkackt, weil ich war eigentlich eine Frau und habe den Officer Candy neben mich einsteigen lassen. Ich bin ins Wasser geflogen, bin leider weg und somit konnte ich aber fliehen, Freunde. Aber das Auto ist weg. Das heißt, es zählt nicht als Dinger, geklautes Auto, aber ich verliere auch kein Leben. Das heißt, back to back, Leute. Was soll ich machen, Freunde? Unlucky Jump. Let's go. So, meine lieben Freunde, ich sage euch so, also Candy hat sich kein Polizeiauto geholt, sondern ein Helikopter und hatte die ganze Zeit perfekte Übersicht über mich, ne? So ein Ding war das. Ja, das stimmt, aber ich sage dir ehrlich, jetzt bin ich noch besser aufgestellt. Ich bin hier auf der Suche. Hier stehen zwei Leute. Okay, okay. Ich komme hier gar nicht raus. Max, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin hier gerade auf Streife. Ich checke jetzt den Würfelpark. Ey, Candy, bist du immer noch am Fliegen? Nein. Nicht? Okay, gut. Neues Fahrzeug. Ich bin auf zwei Rädern unterwegs. Ja, okay, interessant, interessant. Also meine Prediction ist, dass er wieder versucht, das mittlere zu klauen, weil dann ist es einfacher für ihn, die anderen danach zu holen. Ey, ich sage dir ehrlich, das ist eigentlich echt eine gute Idee. Ich habe es auch echt gut probiert, aber es ist nicht so einfach. Ey, ich war eigentlich schon weg. Ich bin so blöd, ne? Aber ich glaube, Candy hat mich sogar über der Luft noch gesehen. Ich habe nicht gecheckt, dass er im Helikopter ist. Ja, ich war im Helikopter. Ich bin jetzt hier an so einer Limousine, die ist safe auf jeden Fall. Das ist auch mal gut, dass wir safe ist, Leute. Ich werde jetzt mal ein paar Passanten fragen. So, entschuldigen Sie, haben Sie russisch gesehen? Ich sage mal so, ich werde jetzt einfach zu dem Auto fahren, wo ich auch mal hinfahren muss. Eins, zwei, drei, vier. Bist du hier gerade bei dem Auto in der Mitte, Candy? Nein, was heißt das in der Mitte? Nein, nein, nein. Bei dem mittelachen Auto. Nein, bin ich nicht. Bist du das im grünen Rolls Royce, der gerade weggefahren ist? Hä? Das ist russisch, das ist russisch. Bro. Richtung Osten, auf der Brücke. Warte mal, Max, habe ich dich outplayed mit Candy Frank, Polizeiofficer? Ja. War schnell, war schnell, war schnell. Aber warte, kannst du mich erklären. War beim Polizeirevier über die Brücke, oder was? Ja, 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 Richtung Osten. Ey, jemand hat mein Polizeiauto geklaut. Der ist hier langsam rumgefahren. Ich habe ihn zurück. Bro, wo ist der, wo ist der? Bist du noch an ihm dran? Nehme Verfolgung auf Richtung Osten. Jungs, ich sage euch so, das war ja... Ja, bist du an ihm dran, Candy, oder nicht? Das war mit Abstand einer der... Ja, wo bist du, Candy? Ich bin an ihm dran. Dann toggle ich dich, dann toggle ich dich, wenn du an ihm dran bist. Also, ich weiß nicht, an was er dran ist, da eigentlich. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist Candy mit dem Candy. Hier Richtung Nord ist er. Er ist hier Richtung Nord, Mirror Park. Du warst weiter hinter mir. Bro, bist du lost? Er ist Mirror Park Casino hochgefahren. Also wirklich mit Candy als Kollege hat man nur verloren. Ich habe einen Anruf vom Casino bekommen. Dort befindet sich ein grüner Rolls Royce. Oha, okay, okay. Vielleicht ist er echt... Woher nimmst du denn diese Info? Das war der Notruf, der eigentlich... Oh, der ist über alle Berge, der ist weg. Jungs, ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, das erste Auto ist geklaut. Was heißt das nächste? Mein allererster Diebstahl ist am Start. Ich glaube, ihr seid alle weit, weit weg. Ich sehe nicht, höre euch nicht. Aber ich kann euch ja sagen, wo ich bin. Ich habe das versteckt in der Lost MC Garage. Und damit ist das erste Auto komplett gebunkert. Schön in die Garage. Aber ey, wie gut war der Call mit diesem Fake-Candy-Polizei? Wer der Max abgelenkt hat? Das war so gut. Ja, das Auto ist da. Das heißt, wir gehen rüber zum nächsten Diebstahl. So, meine lieben Polizisten. Seid ihr ready für den nächsten Diebstahl? Also, ich habe jetzt geschafft, den Rolls Royce zu klauen. Aber das war nicht so schlau, weil die zwei Fahrzeuge relativ nah aneinander sind. Deswegen bin ich gar nicht so zufrieden mit meinem Diebstahl. Also muss ich mir etwas einfallen lassen, was euch komplett, ja wie soll ich sagen, irritieren wird. Wie zum Beispiel so ein Sprung vom Dach oder sowas. So weißt du, was ich meine? So dann schön Fallschirm aufklappen. Irgendwie so einen Jumper machen. So auf den. Wow. So irgendwie sowas. Oder fliegende Holländer spielen oder irgendwas. Womit wir vielleicht rechnen. Da oben steht auch einer auf dem Dach. Ja. Hä, auf welchem Dach? Eins, zwei, drei. Alter, der hat mich einfach fast erwischt. Was heißt dieses Zählen? Was heißt das? Wenn man jemanden abschießt, dann muss man fünf Sekunden lang, darf man nichts machen. Ja, ich hoffe es erkennen. Wenn du einen unschuldigen Passanten tötest. Du musst es doch wissen, du warst doch schon letztes Mal dabei. Ich habe es ja gesehen. Achso, ja okay. Aber man muss ehrlich sein, Candy ist jemand, der nicht direkt schießt. Max, fahr mal Norden, Norden. Willfock Norden. Warum? Fahr mal, ich habe da jemanden gesichtet. Hä? Was hast du denn gesichtet? Pass doch auf die Autos auf. Was sichtest du denn? Ja, dann komm doch bitte her. Willfock Norden. Aha. Ja. Bist du da im Norden oder was? Da ist so ein Polizeiauto am Straßenrand und da lehnt jemand dran. Siehst du das? Bist du das? Ja, das bin ich. Wollte ich dir nur sagen. Provinz. Au! Au! Ey, Mann. Aua! Also, ich will ja nichts sagen, aber Officer Candy ist halt wirklich ein bisschen verzweifelt manchmal, ne? Ich bin auf der Hut. Ich habe beide Augen offen. Ich schaue mir das hier an. Da ist schon wieder einer auf dem Dach da oben. Eins, zwei, drei. Boah, willst du ihn mal abknallen? Hör auf! Digga, ich will doch einfach nur, ähm, ja, weg. Hm. Warum lässt du mich nicht einfach wegfallen, mein Lieber? Ich werde jetzt diese rote Limousine bewachen. Ich passe hier auf auf die Autos. Okay. Ich bin jetzt bei der roten Limousine. Ich werde jetzt... Hä, hier ist jemand? Ey, der steckt ein, der steckt ein! Der Steckt ein! Echt? Eins, zwei, drei. Doch, wir schießen vier. BAM! Wieso zählst du zuerst? Er lässt auch manchmal NPCs einsteigen. Ja, du musst erst zählen, wenn du einen unschuldigen... Ja, Achtung, er hat den Geld, er hat den Geld! Du musst erst zählen, bro, du musst auch erst zählen, wenn ich drinnen bin! Er ist gecrashed, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wichtig, das war alles geplant, alles geplant. Toggle mich, toggle mich, toggle mich. Ja, ja, ja. Bei PD auf der Brücke. Er fährt wieder zurück, er fährt wieder zurück. Er fährt zurück, er fährt zurück! Okay, okay, gut fahren jetzt. Gut fahren, er hat direkt einen Unfall gebaut. Da ist er! Und outplayed, outplayed, outplayed. Ich bin weg! Ein kleiner Outmover, Leute. Rechts, links, Kurve. Wir werden das Feuer eröffnen. Bleiben Sie stehen! Bitte, bitte! Nein! Oh mein Gott! Er will einen Lucky Jam machen. Oh mein Gott! Das war echt ein Lucky Jam. Jungs, 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 ey! Ja, okay, ihr habt mich, ihr habt mich, ihr habt mich doch wirklich. Oh mein Gott, ihr habt mich. Das war's, Russik. Oh mein Gott, Jungs. Bleiben stehen. Jungs, Jungs, wir kennen doch überall das drin. Guck mal, ich weiß, es war vielleicht nicht... Oh Gott, mein Reifen ist bloß. Jungs, ich weiß, es war nicht so gut. Diebstahl ist nie gut. Aber, auf Wiedersehen, Jungs! Ha! Nein! Er ist runter, er ist runter in die Kanalisation. Fahr rechts vorbei, fahr hinterher! Das war's. In welche Richtung ist er gefahren? Ich hab keine Ahnung. Kanalisation? Ich glaub, er ist wieder Richtung Stadt. Kanalisation. Oh mein Gott. Ich seh ihn, er ist vor mir, fährt hier in diese Zugstrecke rein. Oh mein Gott, nein. Ich fahr auch runter in die Kanalisation. Oh mein Gott. Er ist auf der Zugstrecke, aber die B5 Richtung Passantos kommt gleich. Ja, fährt er Richtung Hafen nach unten oder nach oben? Nach unten. Nach unten, okay, gut. Nein, wir fahren, wir fahren grad hier, ich weiß nicht, in der Bahn hier. Egal, ich werd die mir schnappen. Ja, bitte. Wo bist du denn? Ich bin da, ich fahr da gerade in diesen Kanal. Hä? Sichtkontakt verloren. Oh mein Gott. Nein, das war's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sichtkontakt komplett verloren. Oh mein Gott. Das war's. Max, wo bist du denn? Ja, Bro, ich bin in die Kanalisation damals. Ey Jungs, ich bin in Com, ich bin in Com und ihr wisst gar nicht, ihr wisst gar nicht, was für ein 500 IQ-Move ich gemacht hab. Candy, kannst du nicht einmal bitte zu mir, Partner, das Autozeug ist weg, aber guck dir mal an, was ich gemacht hab. Als du mich verfolgt hast, bin ich hier nach unten. Ey, das wisst ihr nicht. Ja doch, unter der Brücke. Hä? Komm mal, komm mal hier. Nein. Bin ich vorbeigefahren? Ich bin kurz hier rausgefahren, hab hier mich versteckt. Nein! Alter! Nein! Wie geil war das denn? Du bist einfach hinter mir gewesen, ich bin kurz hier abgedrückt. Das muss so knapp gewesen sein. Übel knapp, du bist vorbeigeheizt. Alter! Aber wo ist Max denn, ey? Aber ich bin wieder zurück beim Würfelhaus. Leute, ich will nichts sagen, aber damit hab ich das nächste Auto geklaut und damit geht es rüber zum nächsten Fahrzeug. So, meine lieben Officer-Kollegen, seid ihr bereit für Team-Arbeit? Also jetzt muss ich ehrlich sagen, es wird schwer sein. Zwei Leben ist geil, ich hab gut aufgeholt, ich hab einen kleinen Vorsprung, aber letztes Fahrzeug ist halt wiederum das schwerste, weil ihr müsst eure Augen nur darauf halten. Aus diesem Grund werde ich euch jetzt erstmal hier ein Looping hinmachen, damit ihr auch ein bisschen zum Spielen was habt. Alter, ihr war ein Looping. Ja, das ist, falls ihr mal ein bisschen so, keine Ahnung, ein bisschen Stunts machen wollt, weil das Officer-Leben ist halt auch manchmal langweilig. Safe, ich mach ein Looping direkt. So, dann hab ich euch noch hier eine kleine Rampe positioniert, damit ihr auch mal einen kleinen Jumper machen könnt. Ich werde jetzt hier erstmal ein paar Leute abschließen. Ich mach jetzt hier ein Looping erstmal, ist der Vollreis. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Bin bereit für den Looping? Mhm, mhm. Jo, 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 joo, oaaaaaah! Ey, der lässt Menschen runterfallen hier! Bro, ich bin doch da, ich komme juts! Seid ihr bereit, meine Liebe Offisers? Seid ihr bereit? Jungs, es kommt jetzt etwas auf euch zu, damit werdet ihr niemals rechnen. So, dieses Auto ist beschlagnahmt. Ich sage euch ehrlich, ihr werdet damit nicht rechnen, meine Freunde. Quatsch, ich habe eine Polizeiausbildung, ich rechne mit alles. Warum warst du da denn? Warum hast du da einen Schlafzettel? Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe eine richtig gute Idee, was wir machen können. Und zwar... Bist du da mit dem Schlafzettel Candy? Ja. Nein. Das ist Candy, aber ich habe eine gute Idee und zwar... Aua, Max, das bin ich! Ah, okay. Es regnet halt auch einfach mal den Candy. Candyman. Lass mich nicht ablenken davon. Er lässt sich wieder Leute einsteigen. Bro! Nee, das ist er, das ist er! Das ist er nicht! Er hat den Wagen, er hat den Wagen. Oh mein Gott, der gute alte Ramp. Nein, nein, nein. Auf dem Abonation, auf dem Abonation obendrauf. Jungs, 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 Abonation. Er ist mir die Rampe drüber gefetzt. Er ist bei mir, er ist bei mir. Ich stelle mich quer. Aua, was ist das für ein Auto? Oh mein Gott. Jungs, er... Bro, das ist ein Panzer. Ja Jungs, manchmal muss man auch den diskanten Weg gehen und den Looping selber nehmen. Er fährt den Looping, er fährt den Looping hier bei mir. Max, du bist du! Ich hab den Looping genommen, Jungs. Ich hab den Looping genommen, Jungs. Ich hab einfach den Looping genommen. Ich muss das Ding mit Ede beenden, Leute. Alter ist ja schnell. Oh nein, das Ding ist, die Musine kippt in den Kurven, wenn ich so sein Abbiege. Wie soll schnell, aber die kippt... Ah, oh tschau. Er ist runtergesprungen, er ist runtergesprungen. Jaaaa. Ich bin aber immer noch an ihm dran. Moin. Tschau. Alter, wie fährt er die Kurven? Max, wo bist du? Ja, ich bin auch da, ich bin auch da, ich bin auch da. Wir brauchen alle Einheiten, alle Einheiten. Oh, das war ein guter Mood. Er ist wieder unten auf dem Highway. Ich hab denselben Lucky Jump VR gemacht. Wieso Lucky? Das war alles geplant, mein Lieber. Highway, er fährt hier Richtung Süden. Er fährt wieder runter. Ich fahr grad richtig. Er fährt runter auf den Highway. Er ist wieder auf den Highway gejumpen. Ist er wieder auf Highway? Ja, ja, ja. Und tschau. Sein Auto ist auch schon gut kaputt. Er fährt wieder Richtung Süden. Wir werden jetzt das Feuer eröffnen. Ja, er öffnet das Feuer, wie ihr wollt, meine lieben kleinen Freunde. Aber das Wichtigste... Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er versucht hier irgendwo safe vielleicht runter zu jumpen. Ich kenn ihn mittlerweile. Jungs, ich lag kurz auf dem Kopf eine halbe Stunde. Aber alles gut, Freunde. Ich seh ihn, er fährt wieder zurück Richtung Westen. Er fährt hier hoch. Er hat die Ausfahrt genommen. Downtown Weinwood Ausfahrt. Und dann wieder runter auf die Autobahn. Aha, aha. Ich werde... Oh. Oh, er hat den Jump runter Kanalisation gemacht. Okay. Jetzt reicht's, jetzt haben wir ihn. Okay, Jungs. Jetzt werde ich das Feuer öffnen. Ich werde jetzt auf den Lucky Jump spe... Oh mein Gott, ist die... Feuer öffnen. Feuer öffnen. Feuer öffnen. Feuer öffnen. Feuer öffnen. Jungs, bitte. Bitte. Ich hab den Jump noch extra so gemacht, dass ihr kommt. Ich wollt mit euch... Nein. Wenn er jetzt da oben landet. Nein. Das war's, das war's. Okay, wir haben ihn, wir haben ihn. Der hat C hat ihn riskiert, aber auch nichts gewonnen. Bro, ich hab einfach den Jump back to back gemacht. Oh nein, meine Reifen. Bro, ich hab einfach den Jump gemacht, bin abgeprallt und wieder in die Kanalisation reingefallen. Wie unlucky ist das? Und schau, Jungs. Jungs, 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 lasst uns doch mal reden. Okay, letzter Try. Ja, bleib stehen. Let's da Try. Let's da Try, let's go! Spring hinterher, Max. Ah, nein. Oh mein Gott. Ich bin hinterher gesprungen, ganz einfach. Nein, Officer Candy. Bleib stehen, du Krimineller. Oh mein Gott, Candy macht gerade einen guten Job. Aber Officer Max, das geht ab. Ciao. Oh Gott, ich häng fest. Jungs, Jungs. Was wird das, wenn's fertig ist? Oh nein. Jungs, ihr könnt doch... Ihr könnt mich doch einfach in Ruhe lassen. Jungs, wie wär's, wenn ihr mich einfach in Ruhe lässt und dann ist doch alles gut, oder? Ja, okay, wir gehen. Tschau. Okay. Ähm, auf Wiedersehen. Und jetzt mach ich mich bereit für den Monster Jump und mit dem werd ich entkommen. Pass auf. Ah, ich kann nicht mehr abbiegen. Oh mein Gott, ist das dumm gewesen. Jungs. Jungs. Hi. Ich verliere Ö... Oh nein. Oh, okay. Okay, okay, Jungs. Okay, okay. Ich werd nicht sagen. Ich werd nur kurz mein Auto löschen. Er steht im Wasser. Er hat sein Auto gelöscht. Ja, ich hab mein Auto gelöscht. Was ist das denn? Er löscht sein Auto. Ich hab mein Auto gelöscht. Sowas gab's noch nie. Ich hab mein Auto gelöscht. Sowas gab's noch nie. Sowas gab's noch nie. Der brennt gleich wieder. Er löscht sein Auto im Wasser. Jungs, wieder kurz löschen und weiter. Wer löscht sein Auto? Wer löscht sein Auto? Wo gibt's denn sowas? Jungs. Oh nein. Ich häng fest. Ich häng fest. Und sein Auto brennt jetzt auch wieder. Jungs, ich kann nichts mehr fahren. Bro, ich kann nichts mehr fahren. Ja, okay, GG. Mein Auto hängt. Ich geb Gas. Ich geh zurück. Es passiert nichts mehr, Leute. Mein Auto ist kaputt. Na gut, ich hab noch ein Leben. Und dieses Auto ist ziemlich OP. Ich glaub, wir können damit noch wegkommen. Let's go. So, meine lieben Officer. Seid ihr bereit für Teamarbeit? Guck mal, das Ding ist, ihr wart echt gut. Ich muss sagen, ihr habt gut gelöscht. Ihr habt gut gemacht. Ihr habt gut gelacht. Alles drum und dran. Alles war perfekt, wie ihr das gemacht habt. Aber ihr habt eine Sache vergessen. Und zwar, dass ihr mit einem Profi spielt. Ich bin ja nicht umsonst Roosik Pupsik der Meisterdieb. Deswegen bitte ich euch jetzt einfach mal schön, ja, das Ganze zu unterlassen, meine lieben Freunde. Und auch mal zu verstehen. Das Auto wird jetzt abgeschleppt. Das ist nicht mehr verkehrstauglich. Ich untersage die Weiterfahrt. Das wird abgeschleppt. Ich schreibe das Kennzeichen jetzt hier auf. Das war's. Max, wo bist du? Ich bin ja auf Patrouille, auf Reife. Komm zum Auto, komm zum Auto. Irgendwie macht Max irgendwas komisch. Ich habe das Gefühl, dass er irgendwo so versteckt und wartet nur, bis ich einsteige, damit er hinterher fährt direkt. Ah, ich bin auf der Lauer, Junge. Ja, ich merke schon. Der Spawn schon wieder, er kopiert mich schon wieder hundertmal. Hey, hier ist Dr. Dre. Okay. Eins, zwei, drei, drei. Manchmal im Leben muss man Sachen riskieren, Freunde. Hey, 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 Max, fall da her, er hat das Auto. Ich bin schon da, ich bin schon da. Oha, hast du gesehen, wie ich dich weggepuncht hab? Ah, Alter, mein Auto ist kaputt. Hast du gesehen, wie ich dich weggepuncht hab? Hä, Max, dein Auto brennt. Max, dein Auto brennt. Bro, er hat auf sich selber einen Molotov-Cocktail geworfen. Er hat auf sich selber einen Molotov-Cocktail. Oh Gott. Welche Richtung ist er? Wir haben Sichtkontakt verloren. Wir werden ihn nicht kriegen. Ich denke, er hat gewonnen. Echt? Ich würde sagen, wenn ich lügen würde, er ist in der Waschmaschine hier. In der Waschmaschine. BAM! Ah, da, da, da. Okay, bin auch wieder da, bin auch wieder da. Jungs, Jungs, Jungs. Okay, okay. Okay, jetzt meine letzte Hoffnung. Jungs, ich sag euch ehrlich, manchmal im Leben muss man Sachen machen, mit denen man nicht rechnet, oder? Oh Gott, ihr habt nicht Hopps genommen. Nein, nein, nein. Sein Auto ist zu hoch, er kann hier rüberfahren. Wir nicht. Wer hat mein Reifen getroffen? Was macht der? Er macht ein Looping! Wow! Er will wegfliegen, er will wegfliegen. Ist nicht so gut gegangen, wie ich wollte. Okay, okay. Oh mein Gott. Was macht der da? Unfair, wir kommen da nicht hoch. Bro. Alles gut, Spinn. Auf Wiedersehen. Okay, Achtung, fahr hinterher, fahr hinterher. Ja, ja, ja. Dicker, ich komm da selbst nicht hoch, Jungs. Okay, wir werden gleich das Feuer öffnen, jetzt hör auf mit dem Quatsch. Habs Feuer schon öffnen. Wow! Ich hab ihn in der Luft einen Platten geschossen. Alter, ich hab echt einen Platten, aber... Alter, wer hat denn jetzt noch mal... Ja, okay, ihr habt mich erwischt, Jungs. Ihr habt mich wirklich erwischt. Alter, ihr habt mich... Ja, okay, ich geb auf. Warte, lass ihn auf den Kopf, lass ihn auf den Kopf nicht drehen. Ich geb wirklich auf. Okay. Okay, okay, ja, ich mach nichts. Ihr habt mich. Endstation. Okay, er gibt auf. Chill, er gibt auf. Jungs! Jungs, nein! Nein! Äh, wo ist ich? Ich dachte, du gibst auf. Ich dachte, du gibst auf. Ich dachte, du gibst auf. Was war das für ein schlechter Versuch? Ich dachte, ich pass da durch und kann da durch und ihr nicht. Nein! Max, fällt der her! Ja, ja, ich bin an ihm dran, bin an ihm dran. Er baut einen Unfall. Er will Lucky Jump machen, er will da runter. Nein, schafft er nicht, schafft er nicht. Quatsch. Er ist schon wieder auf dem Dach. Aus dem Weg. Ey, das Auto ist so stark. Aus dem Weg auch mal. Aus dem Weg auch mal. Doch, doch, doch. Wir haben ihn schon mal gekriegt. Officer Crymax. Die Welt braucht sie. Bitte, du musst die Welt retten. Officer Crymax, bitte gehen sie einfach nach Hause. Heute gibt es Donuts in Angebot, wenn sie heute für die Schicht beenden. Ich muss gehen. Okay. Ciao. Auf Wiedersehen. Oh Gott. Ey, es ist nicht so einfach zu fahren mit kaputten Reichen. Sie ist im Kontakt verloren. Echt? Ja, ich bin hinter ihm. Ich bin hinter ihm. Okay. Wir sind in Little Seoul. Oh mein Gott. Aua. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Filmstudio. Highway, Highway. Ich habe ihn gesehen. Highway. Das war's. Nein, das war's. Ja, das war's. Nein, 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 nein. Das war's wirklich. Echt? Ihr prangt mich doch, oder? Ihr seid direkt hinter mir wahrscheinlich. Also ich sehe ihn gerade. Ja, das war's. Oh mein Gott, Jungs. Mein Auto. Alle Autos weg einfach, ne? Ja, das war's. Wir haben dich verloren. Echt? Spaß, ich bin hinten. Nein, ich habe dich verloren. Digga, ich habe echt Angst gerade. Ja, ihr prankt mich doch. Ich habe dich leider auch verloren. Ihr prankt mich doch, als ob ich entkommen bin. Wir haben dich verloren. Digga, mit platten Reifen. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ey, ich habe alle Autos einfach beieinander weggesch... Ich meine, du bist gerade geschossen? Warte. Jungs, seid ihr weg? Bin ich weg? Du hast gewonnen. Echt? Oh mein Gott, Jungs. Guck mal, wo ich bin. Portet euch mal zu mir. Ich habe mich versteckt. Hä? Hä? Hätte ich niemals gefunden. Oh mein Gott, Leute. Das Auto, muss man aber sagen, war ziemlich OP. Wir haben es geschafft, alle Rolls Royce zu klauen. Heute hat die Polizei verloren. Die Diebe gewonnen. Lasst ein Like da. Checkt die Jungs ab. Checkt auch gerne diese Videos ab. Und viel Spaß damit. ись bis zum nächsten Mal. 1